In diesem Video geht es um den GPS-Fahrradcomputer Sigma ROX 4.0. Willkommen beim Fahrradmagazin. In diesem Video möchten wir euch grundlegende Funktionen des Sigma ROX 4.0 vorstellen. Dazu zeigen wir euch einmal, wie wir das Gerät mit unserem Smartphone koppeln und wie wir hinterher über die Sigma Ride App das Gerät entsprechend auf unsere Bedürfnisse einstellen können. Vorher würden wir euch gerne bitten, wenn ihr weitere Videos rund um das Thema Fahrrad, Zubehör und E-Bike sehen wollt, abonniert bitte unseren Kanal. Wir freuen uns auf euch. Der Sigma ROX 4.0 wird maßgeblich über diese drei Tasten hier unten bedient. Wenn wir das Smartphone nicht dabei haben, haben wir die Möglichkeit mit der unteren Taste in das Hauptmenü zu gehen, das Training zu starten, zu pausieren und wieder fortzuführen. Und mit der rechten Taste können wir verschiedene Displayanzeigen durchblättern. Als erstes starten wir das Gerät jetzt einmal, um es nun im Anschluss mit unserem Smartphone zu koppeln. Hier oben in der Ecke sehen wir ein kleines Symbol. Das symbolisiert einen Satelliten. Und wenn dieses Symbol nicht blinkt, sind wir bereits mit dem GPS verbunden. Um das Hauptmenü zu öffnen, halten wir die untere Taste etwas gedrückt. Wir haben jetzt hier die Option und können mit der linken als auch mit der rechten Taste durch verschiedene Menüpunkte durchnavigieren. Wir wollen als nächstes eine Verbindung mit dem Smartphone herstellen und öffnen dazu einmal die Sigma Ride App. Bevor wir die Kopplung starten, drücken wir an dem Sigma ROX 4.0 einmal die untere Taste und aktivieren so den Suchmodus. Hier haben wir das Gerät direkt aufgeführt. Das hat er schon relativ schnell gefunden. Drücken einmal drauf und bekommen nun die Anfrage, dass wir unsere Kontakte freigeben. Das hat den Hintergrund, dass wir später bei eingegenden Anrufen auch eine Notification auf unserem Sigma ROX 4.0 bekommen können. Smartphone Pairing okay. Das ging relativ schnell. Und nun können wir weitere Einstellungen vornehmen. Hier haben wir schon den Akkustatus von unserem Sigma. Und im nächsten Schritt können wir zum Beispiel verschiedene Trainingsansichten definieren. Hier haben wir einmal fünf verschiedene Trainingsansichten, durchnummeriert mit Seite 5, 6, 2, 1, 3 und 4. Das hat den Hintergrund, dass wir beim Sigma ROX 4.0 die Möglichkeit haben, unsere Trainingsansichten hier individuell auf unsere Bedürfnisse einzustellen. Wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Wir gehen erstmal aus dem Hauptmenü wieder raus. Gehen zurück in die App. Und das ist unser Startbildschirm. Unser Startbildschirm ist in diesem Fall Seite 5. Die können wir einmal öffnen. Und hier sehen wir einmal unten die Temperatur. Hier sehen wir den Schriftzugtemperatur. Oben die Distanz. Hier sehen wir den Schriftzugdistanz. Wenn wir jetzt hier unten keine Temperatur mehr haben möchten, gehen wir hier drauf. Nehmen entsprechend einmal zum Beispiel die Höhe. Stellen das ein. Und nun sehen wir hier eine Liveänderung, dass sich im unteren Bereich nicht mehr die Temperatur, sondern die Steigung befindet. So haben wir die Möglichkeit, unseren Sigma ROX 4.0 individuell auf unsere Trainingsbedürfnisse einzustellen. Wer zum Beispiel sein E-Bike mit dem Sigma ROX 4.0 gekoppelt hat, hat auch die Möglichkeit hier zum Beispiel den E-Bike Batteriestatus anzeigen zu lassen. Da wir jetzt kein E-Bike gekoppelt haben, bekommen wir hier keine Informationen, nehmen das also entsprechend wieder raus und gehen zurück auf die Höhe. Das ist relativ einfach. Wir brauchen allerdings dafür unser Smartphone. Man muss grundsätzlich sagen, dass der Sigma ROX 4.0 eigentlich nur eine Einheit bildet in Kombination mit einem Smartphone und mit der Sigma Ride App. Dann ist das jedoch ein sehr potenter und umfangreich funktionierender Fahrradcomputer. Was wir euch auch nicht vorenthalten wollen, sind zum Beispiel verschiedene Fahrradprofile. Wir gehen einmal aus den Trainingsansichten wieder raus und können nun auf das Gerät selbst drücken und haben hier verschiedene Sportprofile. Im Moment haben wir nur Cycling definiert. Drücken wir auf das Plus, können wir zum Beispiel auch noch ein Mountainbike hinzufügen. Gehen wieder zurück, drücken hier oben einmal, wählen das Mountainbike aus und unsere Ansicht ändert sich hier wieder. Das heißt, auch für das Mountainbike können wir entsprechend unsere Displayprofile einstellen. Hier haben wir vordefiniert nur drei Displayprofile. Wir nehmen uns jetzt einmal Seite 2, hier hätten wir das Höhenprofil und auch in diesem Fall können wir individuell unsere verschiedensten Werte anzeigen lassen. Auch hier ändert sich die Anzeige live und instant, sofern diese beiden Geräte miteinander gekoppelt sind. Unter Aktivitäten haben wir unsere bisher aufgezeichneten Testaktivitäten drin. Das können wir euch hier auch einmal zeigen. Wenn wir hier einmal drauf gehen, haben wir eine entsprechende Auswertung mit den verschiedensten Metriken. Wenn ihr mehr zu den technischen Details vom Sigma Rocks 4.0 GPS-Fahrradcomputer wissen möchtet, geht auf unser Magazin. Unten in der Videobeschreibung haben wir einen Link für euch, da findet ihr den gesamten Testbericht. Insgesamt muss man sagen, ist der Sigma Rocks 4.0 ein sehr umfangreicher Trainingscomputer. Die Kombination mit dem Smartphone machen ihn wirklich zu einem guten Alltagsbegleiter, sowohl für Fahrradtouren als auch für das normale Fahrradtraining. Die Möglichkeit, dass wir uns hier auch unsere E-Bike-Daten anzeigen lassen können oder auch eine Verbindung mit der Komoot-App herstellen können, machen den Sigma Rocks wirklich zu einem Allrounder. Wir haben die Möglichkeit, über die Komoot-App eine Route auf unser Display zu bekommen, sodass wir dann im Beispiel hier unten einfach Navigationshinweise angezeigt bekommen, wo wir sogar auch Straßennamen eingeblendet bekommen. Ein kleines Manko hat das Ganze jedoch. Damit wir navigieren können, müssen wir den Sigma Rocks 4.0 dauerhaft mit einem Smartphone gekoppelt haben. Anders sieht dies aus, wenn wir ein Training absolvieren. Da reicht es, wenn wir den Sigma Rocks 4.0 nur dabei haben. Die Synchronisation können wir später dann auch zu Hause machen. Wer den Sigma Rocks 4.0 mit einem Sensor verbinden möchte, dies kann ein Trittfrequenzsensor, ein Herzfrequenzsensor oder aber auch ein Geschwindigkeitssensor sein, der hat die Möglichkeit, ebenfalls über den Menüpunkt Verbindung die entsprechenden Sensoren zu koppeln. In diesem Fall würden wir den Menüpunkt Sensoren auswählen, mit der unteren Taste bestätigen und entsprechend die Sensoren suchen. Da wir jetzt gerade keinen Sensor griffbereit haben, können wir die Suche auch wieder abbrechen. Wer ein Training startet, möchte dieses natürlich auch irgendwann beenden oder abspeichern und dazu benötigen wir die rechte Taste. Ein Training abbrechen können wir leider nicht. Wir können allerdings, nachdem wir ein Training gestartet haben, das habe ich jetzt getan, indem ich hier unten einmal drauf gedrückt habe, das Training im Anschluss mit der rechten Taste abspeichern und es wird direkt auf dem Gerät gespeichert und später bei der Synchronisierung wird es auch bei uns in der App angezeigt. Unter Aktivitäten ist das letzte Training jetzt schon bereits drin, über Mountainbike. Und so haben wir die Möglichkeit, fehlerhafte oder falsch aufgezeichnete Trainings über unsere App einfach zu löschen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere Videos rund um die Themen Fahrrad, Zubehör und E-Bike sehen möchtet, abonniert unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 님�